Hallo, herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Ich wollte euch nur sagen, dass heute und morgen vielleicht und auch heute vielleicht nur oder vielleicht kommt heute noch ein Video, weiß ich nicht, dass heute vielleicht und morgen vielleicht keine Videos kommen von Ballad of Great Tony oder von Testen oder so, weil ich bin erkältet. Das hat man auch. Und ja, das wollte ich euch nur sagen, ab Mittwoch oder vielleicht heute Abend so, wenn es mir ein bisschen besser geht, kommt dann ein Part von Ballad of Great Tony. Also wie immer, zwei bis drei. Ich habe jetzt mal getestet so am Freitag und am Samstag. Ich schaffe keine fünf Parts. Das war schon ein bisschen übertrieben, weil ich manchmal rede und sage, Ich habe jetzt zwei geschafft. Eins wurde gesperrt, das andere auch. Da musste der Luis Lopez so ein Hund, ja, so ein runterziehen vom Dach. Also er ist so hochklettern und dann kam eine Ballerei. Und dann ist er die Leiter auch geklettert und ich auch. So. Und dann hat er gesagt, hier, ich habe einen Fallschirm für dich. Und dann habe ich ihn. Also hat Luis Lopez ihn zwangswort, der ist ja auch gut so nachgefallen. So. Und dann musste ich halt, ja, wie gesagt, vom Dach springen. Und ja, jetzt haben wir die Baseclamps freigeschaltet. Die werde ich dann am Mittwoch oder heute Abend vielleicht alle hochladen. Also sie kappen und so. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mich zwar verstehen, dass ich heute Morgen, heute und morgen keine Videos hochladen, weil ich bin krank. Zwar ist es nicht so richtig krank, aber Hals tut weh. Und ja, ich hoffe, es geht am Mittwoch, ja, es geht am Mittwoch wieder besser, damit ich aufnehmen kann. Und ja, wir sehen uns dann am Mittwoch oder vielleicht heute Abend. Tschüss und bis dann. Ciao.